Servus, normal kriegt er von mir immer was auf die Ohren. Letztens frühs hatte ich am Auto einen netten Brief kleben und den wollte ich euch einfach mal vorlesen. Damit er mir das auch glaubt, dass das auch so ist. Ja, das steht da. Ich lese einfach mal vor, würde ich sagen. Sehr geehrter Fahrzeughalter, vielen Dank, dass ich täglich an ihrer bombastischen Soundanlage teilhaben darf. Jedoch würde ich es begrüßen, wenn ich nicht jedes Mal meine Schränke festhalten müsste, wenn sie mit ihrem Fahrzeug vorbeifahren. Ein genervter Anwohner aus der Geroltshofer Straße ins Entfeld. Also es ist doch so brutal, kann man sagen. Ich wollte es einfach mal festhalten, damit euch mal bewusst wird, wie extrem der Druck in meinem Auto ist. Von den beiden Babys hier. Ganz genau. Naja, so sieht es aus. Also gut, schönen Dank für den Brief. Ja und reingauen. Servus.